Yo, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar hat Jigsaw ja sein Song Optimus Prime angekündigt. Das Ding ist, der Song wurde schon geleakt, es ist zwar jetzt relativ spät, es ist 10 Uhr jetzt, in 2 Stunden kommt der Song sowieso online. Dieses Video wird sowieso wahrscheinlich nicht mehr vor 0 Uhr erscheinen. Wie gesagt, der Song wurde auch geleakt, Optimus Prime heißt der ganze Song, ich gebe mir den kurz, dann kann ich kurz was einblenden, nicht dass das Video dann gesperrt wird wegen Copyright, dies, das, ihr wisst ja selber. Ich würde es einfach mal kurz reinhören und dann zeige ich euch auch einen kleinen Ausschnitt davon. Okay, also ist auf jeden Fall ein aggressiver Song, also keine Melodie, nichts. Ich kann mal noch kurz was vom Anfang oder so einblenden. Also, seid gespannt auf 0 Uhr auf jeden Fall, ich kann nicht zu viel zeigen, sonst wird mir das Video gesperrt. Schon krass, dass fast jeder Song diesen Freitag geleakt wurde. Das einste, was nicht geleakt wurde, war Wehrmacht, Para 2 und Shindy. Die zwei wurden eigentlich nicht geleakt, der Rest war eigentlich schon draußen. Ich habe noch einen weiteren Song, werde ich aber im nächsten Video vorstellen von MoFönix. Peace.